Ich will das machen. Ich will das machen. Nein, mein Tor! Geh weg! Luna, was ist das? Meiner! Ich wollte mir eigentlich was erzählen. Also, wenn du gefangen wurdest, aber nur weil du erstmal hochrennen musstest, du hast so kacke, da wurdest du fast gefangen und da hast du... Ey! Du wieder mal, wie hast du da geklebt? Äh, LOL! Du hast grad voll geklebt an dem Ball! Junge, Alter! LOL, schon wieder! Hä? Was du denn, Alter? Hier, wenn sich das Platte mal wendet. Neu, ich häng fest, Digga. Ich bin gut im Fußball. Eigentlich nicht. Nein! 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 Im Leben kriegst du das hin. Nein! Ach, nein! Junge! Wie ist das? Junge, der ist immer am Rand, Digga, der Kackball! Ich krieg den aber auch nicht zur Mitte geschoben, Digga! Nein! Nein! Nein, Mann! So, ich bin so glücklich, das geht mir ab. What the fuck? Noi, wie schnell ist der wohl immer? Nein! Jaaaaa! Danke! Haha! Haha! Nein! 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 Mann! Eins durch! Scheiße, Alter! Ah! Ich bin auf dem Ball, du hast ihn! Sehr schön! Ey! Ich bin immer auf dem Ball! Nein, schon wieder Pfosten, Alter! Was ist denn das für eine Pisse? Pfosten! 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 Guck dir was! Ey! Alter, warum ist das so kacke, Alter! Ich verstehe ich auch nicht manchmal so! Ich habe es auch nicht verstanden, so! Hey! Man kann wenigstens nicht mal in seine Richtung richtig rollen! Ich brauche schon ein bisschen Glück! Das ist eine kacke! Ey! Mann! Äh! Dieser Ball will mich verarschen! Er will mich verarschen! Er will mich verarschen! Es macht Spaß! Oh nein! Ah! 1-1! Ja! Haha! Erstmal! Geil! Ist das eine Kamera? 1-1! Nein! Das war fast mein zweites Tor und dann kommst du hier mit deiner Kretsche, Alter! Ah! Das blendet sich! Nein! Es blenden sich! 1-1! Ja! 2-1! 2-1! Jajajaja! A-aha! 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 Ja, Moin, Alter! A-ah! ein... A-ah! Ein... A-aa! A-ha! Nein! Ich hab da neben ihm geschossen. Stopp, Pfosten. Foul. Foul. Nein! Junge, Alter, ist das dumm. Du kennst mich nicht alleine, Alter. Oh, mein Dinger. Ist das geil, Dinger. Junge, Alter. Junge, was ist denn das Blaue hier, Dinger? Ich hab mich erschrocken. Warte. Nein! Nein! Jawohl, Alter. Ey, ich kleb schon wieder. Ja. Junge, ist das dumm. Nein! Pfosten! Man! Junge, Alter. Ey, das lade ich heute hoch, das Video, Dinger. Wie wir Fußball spielen. Junge, das ist so funny. LOL! Wie du gedreht bist mit dem Ball. Mir ist es halt... Oh, nein. Nein! Nein! Nein, Junge! Wie kann ich dir so reinscheißen? Scheiße, der Ball. Nein, bitte nicht. Nein! Ganz fein. Nein! Nein! Ah! Gut gemacht! Ey, dieses scheiß Schild oder was Roma das sein soll. Das geht mir mal um den Kack, Alter. Nein! 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 Oh mein Gott! Nein! Das war ja wie ein Boomerang. Das war fast das zweite Tor von dir, Dinger. Es steht immer noch 2-1, Alter. Null. Ey, schon wieder Pfosten, Dinger. Das ist so lustig, wenn man den F macht. N-Winner. 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 Ey, dieses Schild da oder was auch immer. Diese Lichtbeleuchtung da, Dinger. Die steht einfach im Weg ganz Zeit. Oder dieses Kackschild hier hinter. Was. N-Winner tustig. T-St! Das pschschild! Ach, ja! Nicht gut! Diese Hunde! Nein! Nein! Hupen! J cóc again, ist das dumm, Alter? Ach, geil! Ja, ich habe es zur Seite gekickt. Ich bin der Beste, Alter. Nein, Spaß. Weil du dann in deiner Fange spielst. Junge! Das war mein Tor, und quälsch mir einfach den Arsch! Nein, Spaß. Ja, es macht ja noch Fange zu spielen, es wäre so geil, Mann. Mal gucken. Das ist gerade so funny. Nein! Nein! Was? Ich habe mein drittes Tor fast gehabt! Junge, Alter. Was soll das? Sie verarscht mich. Jetzt aber! Los, Reiner! Nein! 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 Das ist so dumm, Alter! Alter! Junge, warum? Dieses Spiel mag mich nicht! Das ist Spaß. Ich spiele ja eh noch, also um euch rum, Alter. Bis jetzt. Hey! Godom hier! Hä? Junge! Junge, Alter! Ich kann ihn nicht mal wegkicken! Du bist halt Godom! Wo ist der? Wo ist der? Ah! Gerade so noch. Das ist halt richtig just for fun, Digga, das hier gerade. Ich fand es so komisch. Ja? Ich fand es so komisch. Sehr cool. Ich wollte ihn. Ich wollte ihn. Oh mein Gott, Digga. Junge, warum ist das immer so schwer, Digga, den aus der Ecke zu holen? Ja! Drei Heiß für mich. Drei Heiß für mich. Ja, okay, ich hab gewonnen. Ja! Der Verlierer hat erkennen. Ha, ich hab gewonnen. Hin und Schuss. Ich mach daraus ein Video, weil das ist wirklich geil geworden, Digga. Ey, die Runde war geil, Kevin. Das lade ich hoch, Kevin. Mit dem Fußball, Digga. Das war doch geil. Ja! Das war doch geil.